Das ist der Vorraum. Die Zimmer sind zentral beklebbar. Wir kommen jetzt ins Kinderzimmer, geräumig für zwei Kinder. Gleich nebenan ist das Badezimmer. Mit Weißmaschinenanschluss und Badewanne. Weiter geht's hier zum WC und jetzt bekommen wir den zentralen Wohnraum, der auch den Essplatz und die Küche enthält. Die Küche ist ausgestattet mit Geschirrspüler, Einbauherd, Kühlschrank und Gefrierschrank. Und dann geht's weiter ins Schlafzimmer. Auch sehr geräumig, ostwärts gerichtet. Der Wohnraum ist nach Süden gerichtet, mit Sonne ab 10 Uhr vormittags bis zum Sonnenuntergang. Vielen Dank. Vielen Dank.